Willkommen in Haus Dünenrose in Wohnung 5. Diese zauberhafte Ferienwohnung liegt im Erdgeschoss und verfügt über eine Terrasse. Für einen gemütlichen Grillabend ist alles vorhanden. Treten Sie ein in den Wohnbereich. Hier ist auch an Ihren kleinen Liebling Ihren Hund gedacht worden. Eine gemütliche Sitzecke lädt auch am Abend zum Verweilen an. Es gibt einen sehr großen Flachbildschirmfernseher. Und eine Mediathek, von der Sie auch aus dem Kinderzimmer zugreifen können. Das erste Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet. Im gleichen Zimmer befindet sich auch ein kleines Kinderbett. Es gibt sogar einen kleinen Arbeitsplatz mit Internetzugang. Sehr schön ist dieser Essplatz mit den wirklich sehr gemütlichen Stühlen. Die Küche ist separat gelegen und verfügt über alle wichtigen elektrischen Geräte. Das erste Badezimmer ist mit einem doppelten Waschtisch und einer Dusche ausgestattet. Das zweite Schlafzimmer ist ebenso mit einem Doppelbett. Auch hier gibt es wieder einen kleinen Tisch und natürlich einen Flachbildschirmfernseher. Zu dieser Wohnung gehört noch ein zweites Badezimmer, das mit einer Dusche ausgestattet ist. Wenn Sie Ihren Urlaub hier genießen wollen, dann rufen Sie uns an. Wir freuen uns, Sie als Gast begrüßen zu dürfen.